Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt trinkt man auch besonders gerne einen feinen, heissen Kaffee. Und Coop hat sich überlegt, wie einem so eine gemütliche Kaffeestimmung doppelt Freude machen kann. Aussen kam dabei ist der Mokka Gold in diesem Schmuckstück eines Glas. Diese schönen Mokka Gold Gläser können Sie auch in Ihrem Vorratsschrank aufbewahren, gefüllt mit Bonbons, Hörnchen, Zucker, was Sie wollen. Und wenn Sie keine Gläser mehr heintragen wollen, dann kaufen Sie den Mokka Gold in diesem speziell günstigen Nachfüllbeutel. Er ist praktisch klein zum Aufbewahren und garantiert ungeöffnet den vollen Aromaschutz. Einmal offen, füllen Sie den Mokka Gold einfach in das Boutique-Glas um. Sie sehen, Coop ist eben auch Ihr Spezialist für Kaffee. Kein Wunder, dass jeder dritte Konsument sein löslicher Kaffee bei Coop kauft. Gerade jetzt haben wir wieder eine grosse Aktion mit sechs verschiedenen Kaffee zu unschlagbaren Coop-Preisen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt zur ersten Ziehung im neuen Jahr von unserem 10'000 Franken Wettbewerb. Die Hauptgewinnerin der letzten Verlosung haben wir zu uns ins Studio eingeladen. Guten Abend, Frau Müller. Ich darf Ihnen herzlich gratulieren und Ihnen den Scheck über 1'000 Franken überreichen. Danke. Frau Müller, Sie ziehen jetzt einen von den neuen Hauptgewinnen über 1'000 Franken Haushaltungsgeld. Es ist die Evi Peter, Buchli in Ennet-Bürgen. Wir gratulieren ganz herzlich. Und auch Ihnen, Frau Müller, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Danke. Alle Gewinner von heute werden wieder persönlich benachrichtigt. Und noch ein Tipp für alle, die nichts gewonnen haben. Schauen Sie am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis dann auf Wiedersehen miteinander. Und nicht vergessen, schauen Sie noch den Aktions-Spot, den wir uns gleich dann senden. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Bachen Tamtam an 125 Gramm Schokolade, Vanille oder Karamell für nur 65 Krabben. Fix fertige Midi-Salat im 250 Gramm Beutel, Randensalat für nur 90 Krabben, Selleriesalat für nur 1.15 Franken und der Rüeblisalat kostet nur 1.15 Franken. Achtung. Jetzt läuft bei Coop eine Waschmittelgrosse Aktion zu unschlagbaren Preisen. 5 Kilogramm Trommel Via gibt es für nur 12.90 Franken. Ein Jumbo-Paket Teddy Mat an 4,8 Kilogramm kostet nur 10.90 Franken. 4,5 Kilogramm Multiniaxa gibt es bei Coop jetzt für 12.90 Franken. Und ein 4 Kilogramm Trommel Persil für nur 10.50 Franken. 5 Kilogramm Dixan kostet bei Coop 12.50 Franken. Und für nur 14.50 Franken gibt es 5 Kilogramm Ariel. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 1 Kilo Zucker für nur 95 Krabben. Sämtliche Aktionen gibt es ab morgen in allen Coop-Lädern. Auf Wiedersehen. Mal shoreペット! Mal shoreペット! Mal shoreun! Mal and shoreun!